Ich möchte heute einen neuen Auszug aus meiner Denkschrift bringen. Und zwar geht es damit Kapitel 12 weiter mit der Frage, was ist Christentum? Dazu heißt es, die antiken Römer sahen im Christentum nichts anderes als mobilisiertes Judentum, eine Ansicht, die von den Tatsachen nicht sehr entfernt ist. Der Jude Markus Eli Revit schreibt dazu, Unsere Legenden und Volkssagen sind die heiligen Botschaften, die ihr euren lauschenden Kindern mit geheimnisvoller Stimme leise zuflüstert. Eure Gesang- und Gebetbücher sind mit den Werken unserer Dichter angefüllt. Unsere Nationalgeschichte ist ein unentbehrlicher Teil des Unterrichts geworden, den eure Pfarrer, Priester und Lehrer erteilen. Unsere Könige, unsere Propheten und unsere Krieger sind eure Heldengestalten. Unser früheres Ländchen wurde euer heiliges Land. Unsere nationale Literatur ist eure heilige Bibel. Jüdische Handwerksleute und Fischer sind eure Lehrer und Heiligen. Ein jüdisches Mädel ist euer Ideal der Mutterschaft und des Frauentums. Ein jüdischer Rebellenprophet ist der Mittelpunkt eurer Gottesverehrung. Wir haben eure Götzen niedergeworfen, euer rassisches Erbe beiseite gedrängt. Wir haben euch ein fremdes Buch und einen fremden Glauben aufgebürdet, den ihr nicht genießen und verdauen könnt, der mit eurem angeborenen Geist in Widerspruch steht und euch unaufhörlich ruhig macht. Unruhig macht. Wir haben eure Seele gespalten. Im Kapitel 13 heißt es, es wird die Frage aufgeworfen, ob der Teufel der Herrscher über die heidnischen Deutschen ist. Dazu habe ich dort geschrieben und aus dem Buch zitiert von Hermanus Obendick, Der Teufel bei Martin Luther, im Forche Verlag 1930 erschienen. Dort heißt es, Der Machtcharakter des Teufels wird darin offenbar, dass er ein Herr der Welt ist, von dem Machtwirkungen ausgehen. Der Ausdruck Prinzeps ist nicht der nun einmal gängige Titel eines Schattenkönigs, sondern will dem Ernst der Tatsache Rechnung tragen, dass Welt und Teufel korrelate Begriffe sind. Denn hier hat der Teufel sein Reich, sein Haus und Wohnung, da er Herr ist und sitzt in dem Seinen. So stimmt beides dem Wesen nach überein, dass, wer Welt sagt, auch von der Herrschaft des Teufels wissen muss. Erst dadurch wird dem Begriff der Welt das Harmlose, das Menschliche, das Ungefährliche genommen. Und wo noch irgendein Zweifel an den Machtbefugnissen des Teufels gegenüber der Welt aufkommen könnte, so muss jeder Zweifel dieser Art verschwinden, wenn der Teufel als Gott der Welt bezeichnet wird. So wird die Ehrung der Welt zu einer Anbetung des Teufels. Die Herrschergewalt des Teufels bedeutet eine wirkliche Verfügungsgewalt, die er im Interesse seines Reiches und seiner Diener gebraucht. Da möchte ich gleich noch den Bogen schlagen zu einer Bibelstelle, und zwar Jakobus, Kapitel 4, Vers 4, wo es heißt, Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Ja, nur zur Ergänzung nochmal. Und weiter in meiner Denkschrift, Kapitel 14, da stelle ich die Frage, kann denn nur die Taufe retten? Also die Taufe aus der teuflischen Welt. Dazu habe ich einen Leserbrief geschrieben, in dem ich auf einen Artikel, der in der Prenzlauer Zeitung am 29.09.2017 erschienen ist, wo ein Familienvater gesagt hat, dass er sehr stolz ist, ein Christ zu sein, und dass die Bibel eben sehr wichtig ist in seinem Leben. Darauf antwortete ich, ist allerdings nicht veröffentlicht worden in der Zeitung. Jeder kann seinen Glauben feiern, wie er will. Das ist innerhalb sittlicher und moralischer Grenzen selbstverständlich. Ich gehöre aber zu jenen Ukmerkern, die sich ganz bewusst nicht kirchlich binden wollen. Warum? Ein Blick auf den Sinn der Taufe macht das deutlich. Die christliche Taufe hat die Bedeutung einer Reinigung von der Erbsünde durch Austreibung, in Klammern Exorzismus, des Satans, der nach christlichem Glauben für die Erbsünde verantwortlich, der Beherrscher aller nicht getauften Menschen, die sogenannten Heiden ist, und in dieser Welt sein Unwesen treiben soll. Wir erinnern uns dabei an die Geschichte von Adam und Eva, wobei die Bibel das im Psalm 51, Vers 7 ganz folgerichtig so ausdrückt. Dort heißt es, siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Nun, ich bin davon überzeugt, dass ich und meine Kinder nicht in Sünde empfangen wurden und in Schuld geboren sind. Deshalb brauchen wir auch keine Taufe, welche die Eintrittskarte in die christliche Gemeinschaft darstellt und nach christlichem Glauben die Seelenrettung erst ermöglicht. Bestimmte Werte, Leben oder Vorleben kann meine Familie auch ohne Ratschlag aus der Bibel. Aber natürlich, wer es mit dem Bibelglauben ernst meint, für den ist die Aussage in Psalm 51, Vers 7, unumstößliche Wahrheit. Jedoch, welcher Christ weiß über den tiefen Sinn der Taufe Bescheid? Dazu ergänzend, habe ich da noch erwähnt, wer den Sinn der Taufe kennt, wie die meisten Theologen beider Konfessionen, und es fertig bringt, die Kinder seines Blutes dennoch zu taufen, sein Blut unreiner, unedler zu nennen, als das der Christen und Juden, und das Kind deshalb zu Abrahams Same macht, der ist seinem natürlichen Volk innerlich abgestorben, ob er das weiß oder nicht. Dazu bringe ich auch noch Bibelauszüge. Dort heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und weiter, im Kapitel 1, Vers 10, auch im ersten Johannes, Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn, also Gott Yahweh, zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Und auf den Punkt bringt es dann noch der Friedensbote in der Folge 6 von Juni 1933 in dem Artikel des Deutschen Christen-Pfingst-Gebet, wo es heißt, Aber wie die Blumen des Frühlings wieder verwelken, steht auch unser Deutschtum unter dem Zeichen der Vergänglichkeit, trägt auch unsere deutsche Art den Stempel der Sünde und des Todes. Das Beste, was wir haben, kommt nicht aus unserem deutschen Blute, aus unserem Menschsein, aus dieser Welt und von dieser Erde. Das stammt und quillt aus dem vergossenen Blut und dem siegreichen Leben des einen Menschen, in dem sich Gott der ganzen Welt und allen Völkern geschenkt, in errettender Gnade und lebenbringender Liebe. Also wir sehen hier, ganz folgerichtig gedacht und auch wiedergegeben, aber ich bedanke mich recht herzlich, ja, da ich, dass ich als Heide hier als satanisches Wesen dargestellt werde. Aber ganz folgerichtig, muss ich schon sagen, aber ich möchte damit nichts zu tun haben. Und daraus, was dieser Bibelferst, den ich jetzt noch vorlesen möchte, bringt es dann auch noch auf den Punkt, und zwar in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, heißt es, Du, Jesus, hast uns herauserlöst durch dein Blut für Gott aus jeder Art von Stamm, Sprache, Volk und Nation und für unseren Gott zu priesterlichen Königen gemacht, die die Erde beherrschen sollen. Im Klartext heißt das, Die Christen sind aus allen Völkern herauserlöst und internationalisiert. Jede Volkseigenart soll untergehen in einer Menschenmasse, die von den Priestern als Königen beherrscht werden soll. Erlöst deshalb, weil die Welt und ihre nicht-christlich bekehrten Völker als satanisch gelten. Den Link zu der Denkschrift findet ihr in der Videobeschreibung. Und der Videobeschreibung